Musik Hört sich immer noch keiner genötigt, oder? Hört sich immer noch? Was passiert, wenn ich Charcoal eingebe und einfach mal ein Feldstipp mache? Musik Musik Ach, da oben steht der Mount Needle 42. Ich habe immer nur auf die Distance geachtet. Oh, jetzt haben wir wirklich viele Schaltblocks mal. Oh, und ich habe da oben zwei übersehen. Äh, drei sogar. Schaltblocks. Und nochmal. Und Schaltblocks. Schaltblocks. Musik Musik So, jetzt können wir Wände einziehen Machen wir mal Keep building up the placement Äh, haben wir keine Schaltblocks mehr? Doch, ja Blub Blub Und ich glaube, ich hätte das gleichzeitig Machen sollen Weil jetzt werden die Wände wirklich Auf den Boden platziert und nicht Der Boden überschrieben Okay, haben wir für die Andere Seite gelernt Das heißt jetzt Nach dem Speichern geben wir erstmal 10 Türen 10 Betten und 10 Koffers und Cabinets In Auftrag Ist irgendjemand Draußen Das heißt jetzt Snatchers, protect the children. Human thieves, okay. So, was für Weile. Okay, wir haben Menschenfeinde. Es sind nur Thieves gerade hier drin. Vier Stück. Ohne Waffen. Dafür mit jeder Menge Klamotten. Die anderen, die Homemen, sind draußen, okay. Habe ich gerade Robin Hoods Bundle erwischt oder was? Ist einer von euch Robin Hood? Nein. So, das heißt, ich schnapp mir jetzt meine Squats. Musik Gott, haben wir jetzt viel trinken, ey. Wie kommt denn das? Äh, du hast kein Speer dabei? Ah doch, du hast einen Speer, okay. Wie sieht's bei euch mit Munition aus? Ein paar haben Munition, okay. Dann empfangen wir unsere neuen Freunde doch mal. So, das dürfte es mit den Dieben gewesen sein. Mhm. Das heißt, wir können euch wieder nach Hause schicken. Kommt, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr einfach das ganze Zeug da hinschmeißt? Rechte Hand, Backenzähne, okay. Hier liegt alles Mögliche. So, wie sieht's bei unserer... Äh, nee, 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 nee. Zu weit oben. Ich finde es auch lustig, dass das jetzt, äh, so aussieht. Gut. Also ja, das ist fertig. Das heißt, wir können jetzt, äh, make charcoal, wird nicht gemacht. Ich hab nur keine Ahnung, warum, äh... 10 walktours. 10 betten. 10 betten. Walk... ...kauf... ...hall... ...und... ...walk cabinet. Hier war jetzt so... ...bind. Okay. So, die Thieves sind wir erstmal los. Wo stecken jetzt die Bogenschützen eigentlich? Da, direkt vor meiner Haustür. Ich glaube, ich mache euch mal wieder. Hä? Haben wir irgendjemanden, der verletzt ist? Station, 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 Sleep. Get Provisions in Sleep. Nee, nicht, dass ich es hier gerade sehe. Hm. Hm. Okay. 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 No health problems, no wounds, nix. Dem scheint es gut zu gehen. Hm. Okay. Das Siege ist immer noch in Gang. Okay. 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 Dann haben wir jetzt wieder viel trinken auf einmal. Okay. 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 Oh, das Kind ist weg. Gut. Das heißt, die Zugbrücke wird jetzt erstmal hochgezogen. Ach, du bist stricken bei Melancholy. Oh, ich habe aus Versehen Essen kaputt gemacht. Auch gut. Also Masterwork Essen. Die verrotten schon alle. Noch jemand, der gestrikt wurde. Kraftstwurf. Ja, unser Blacksmith ist dehydriert. Ist dein Schmut. Aber einen Workshop will er nicht benutzen scheinbar. Hm? Wo sind denn die? Invader gerade. Sind die am Abziehen? Hmm. Hmm.